Hallo ihr Kryptorianer. Drei große Themen haben wir heute am Start. Nochmal über Debtbox, dann natürlich die SEC unter Gary Gensler gegen die Ethereum Foundation. Was ist da los? Wie ist der Stand der Dinge? Und dann natürlich noch ein paar XRP News. Beginnen möchte ich allerdings mit dem Hinweis, falls ihr euch fragt, wo es diese schicken Hoodies gibt. Werbung in meinem Shop. So, wenn ihr euch fragt, woher ich immer die coolen Klamotten habe, da kann ich euch einen Tipp geben. Link ist in der Videobeschreibung. Unser Crypto Clothes. Da viele Logos, verschiedene Klamotten und mehr. Und natürlich immer zu Beginn, Hinweis, keine Finanz- oder Anlageberatung. Meine lieben Zuschauer, solltet ihr das erste Mal da sein und möchtet in Krypto investieren, Bitte informiert euch und investiert, wenn ihr noch nicht so viel Überblick habt. Weil das ist ein verrückter Space. Das ist unglaublich technisch. Investiert nie mehr, als ihr bereit seid zu verlieren. Ganz wichtiger Hinweis und eine Bitte von mir an euch. Beginnen werde ich jetzt mit Mr. Murphy. Wertpapieranwalt in den USA. Und noch ein kleiner Nachtrag zu diesem Debtbox-Skandal. Wird irgendjemand tatsächlich für die Travestie der Debtbox-Skandals zur Rechenschaft gezogen werden? Das ist die Frage, die mir in den letzten 48 Stunden am häufigsten gestellt wurde. Hier sind sieben Dinge, von denen ich glaube, dass sie passieren sollten, um ein gewisses Maß an Rechenschaftspflicht für das Fehlverhalten der SEC zu schaffen. Eine strafrechtliche Untersuchung ist gerechtfertigt. Die US-Staatsanwältin für den Bezirk Utah, die Dame heißt Trina Higgins, sollte eine strafrechtliche Untersuchung einleiten. Der Richter kommentierte zahlreiche Fälle von Falschaussagen von Anwälten und Mitarbeitern der SEC. Einige dieser Falschaussagen stehen direkt im Zusammenhang mit eidesstattlichen Erklärungen, die von SEC-Mitarbeitern unter Strafe des Mein-Eids unterzeichnet wurden, Wenn eine Untersuchung bestätigt, dass eidesstaatliche Erklärungen absichtlich falsche Aussagen enthalten, könnten die Unterzeichner dieser Erklärungen möglicherweise wegen Mein-Eids gemäß §18 USC Abschnitte etc. angeklagt werden. Staatsanwälte erhalten keinen Freifahrtschein, um einen Mein-Eid zu begehen. Sie sollten nicht über dem Gesetz stehen. Klammer auf, Trina Higgins wird etwas Mut beweisen müssen. Sie ist eine von beiden ernannte Richterin, sodass es ein politisches Risiko für sie geben könnte. Staatliche Anwaltskammern müssen ermitteln. In seiner 80-seitigen Stellungnahme, Wahnsinn, wies der Richter auf mögliche Verstöße gegen die Berufsregeln von Utah für Anwälte hin. Anwälte werden von Selbstregulierungsorganisationen in Form von staatlichen Anwaltskammern geleitet. Die verbindliche Ethik ist für Anwälte erlassen. Die Anwaltskammer des Bundesstaates Utah sollte eine Untersuchung gegen die Anwälte im Büro der SEC in Salt Lake City einleiten, von denen der Richter feststellte, dass sie dem Fehlverhalten eben daran beteiligt waren oder davon wussten. Die Anwaltskammer des District of Columbia sollte auch eine Untersuchung gegen die Anwälte einleiten, die in dem Fall vom Hauptsitz der SEC in Washington D.C. aus erschienen sind. Die staatlichen Anwaltskammern sind befugt, Sanktionen gegen Anwälte bis hin zum Ausschluss zu verhängen. Der Unterausschuss des Repräsentantenhauses für die Bewaffnung der Bundesregierung sollte eine Untersuchung durchführen. Ein von Präsident Obama, ernannte Bundesrichter, stellte fest, dass die SEC in einem geheimen Gerichtsverfahren wiederholt gelogen hatte, ohne die Angeklagten darüber zu informieren. Die Lügen der SEC überzeugten den Richter, eine einstweilige Verfügung zu erlassen, die ein amerikanisches Unternehmen effektiv zerstörte. Das Komitee für die Bewaffnung bzw. für Refinance sollte eine Anhörung einberufen und Jason Gottlieb, den Hauptanwalt der Angeklagten der Debtbox, als Zeugen aufrufen, um genau zu erklären, was die SEC getan hat und welchen Schaden den Familien zugefügt wurde, die von der SEC ins Visier genommen wurden. Der General Counsel und der Direktor der Division of Enforcement sollten ebenfalls verpflichtet werden, bei derselben Anhörung auszusagen, um die Gründe für das Fehlverhalten der von ihnen beaufsichtigten SEC-Anwälte zu erläutern. Der Kongress sollte die Finanzierung des Kryptodurchsetzungsprogramms der SEC pausieren. Der Richter stellte ein Muster der Bösgläubigkeit fest, das die SEC durchzog. Basierend auf zahlreichen anderen Gerichtsurteilen scheint es, dass sich dieses Muster der Bösgläubigkeit am virulentesten in den Durchsetzungsmaßnahmen ausdrückt, die die SEC gegen Personen erhebt, die versuchen, sich an der aufstrebenden Blockchain- und Digital Asset-Branche zu beteiligen. Der Kongress sollte die Finanzierung aller Kryptodurchsetzungsfälle pausieren. Bis der Kongress dies verabschiedet hat und der Präsident ein umfassendes Gesetz zur Regulierung des Bereichs der digitalen Vermögenswerte unterzeichnet hat. Der Kongress sollte nicht zulassen, dass die SEC weiterhin im Bereich der digitalen Vermögenswerte AMOC läuft, ohne dass es Leitplanken gibt, um das amerikanische Volk vor den Lügen und böswilligen Prozestaktiken der SEC zu schützen. Diese Finanzierungspause wäre kein Freifahrtschein für Kryptobetrüger. Echte Betrugsfälle mit tatsächlichen Opfern können und sollten von den Strafverfolgungsbehörden in vollem Umfang des Gesetzes verfolgt werden. Sie tun es die ganze Zeit. Die SEC-Führung sollte zurücktreten. Der Richter stellte fest, dass das allgegenwärtige Fehlverhalten, das an den Tag gelegt wurde, ein Muster organisatorischer Böswilligkeit zeigt und die Kommission selbst betrifft, nicht nur isolierte Einzelpersonen oder beziehungsweise Anwälte. Die Führungskräfte der SEC, die diese Kultur des allgegenwärtigen Fehlverhaltens und der organisatorischen Bösgläubigkeit gefördert haben, sollten zurücktreten. Es wäre ehrenhaft, das zu tun. Die SEC sollte für den Schaden aufkommen. Die SEC sollte die Staatenimmunität aufheben und sich bereit erklären, für den Schaden aufzukommen, den sie mit angeklagten der Debtbox ihren Familien und ihren Mitarbeitern zugefügt hat. Um eine schriftliche Entschuldigung an die Opfer von jedem SEC-Mitarbeiter, der das gärig belogen hat, oder der von den Lügen wusste und nichts unternahm, wäre auch eine nette Geste. Und Operation Jokepoint 2.0 sollte beendet werden. Es ist an der Zeit, dass alle Elemente der Anti-Krypto-Armee ihre Wachen niederlegen und erkennen, dass über 50 Millionen ihre amerikanischen Mitbürger in digitale Vermögenswerte investiert haben, wobei viele Tausende junger Menschen ihre enorme Energie und Intelligenz in Innovationen im Blockchain-Bereich investieren. Diese Amerikaner verdienen die gleichen verfassungsmäßigen Rechte und den gleichen Schutz wie alle anderen und sollten nicht länger von ihrer Regierung als Bürger dritter Klasse ins Visier genommen und behandelt werden. Und eine Nachschrift. Es ist nicht nötig, mit mir das oder mit das wird nie passieren zu antworten. Ich habe eine Liste von sieben Dingen gegeben, die passieren sollten. Eine Roadmap zur Rechenschaftspflicht. Wird irgendetwas davon passieren? Ich denke, wir werden einfach abwarten und sehen, ob Rechenschaftspflicht für unsere politischen Führer wichtig sind. Hier haben wir mal das ganze Ausmaß der SEC und all die Dinge, die passieren unter Gary Gensler. Mitarbeiter, Anwälte, die unter Eid lügen. Unter Eid lügen. Damit haben wir hier im Kryptobereich zu tun. Und auch wenn viele immer sagen, oder ich das auch schon ein paar Mal gehört habe, Politik und Krypto hat nichts miteinander. Nein, nein, es ist eins zu eins, denn Amerika ist immer noch das wichtigste Wirtschaftsland der Welt mit dem meisten Einfluss. Also müssen wir da auch ein Auge darauf werfen. Und dann komme ich natürlich auch noch mal zu ein paar anderen Dingen, die jetzt im Zuge von Debtbox passiert sind. Mal so kleine Auswirkungen, damit wir sehen, dass die Menschen langsam ein bisschen wacher werden, gerade im Space. Stefan Huber, wie alles begann. Und hier bringt er eben als Jennings, der hier am 28. Oktober 2022, naja, das hat eigentlich alles gar nichts damit zu tun und so, warum spielt jetzt die Rolle, warum spielt jetzt die Klage der SEC gegen Ripple irgendeine Rolle und etc. etc. Währenddessen er natürlich gestern dieses hier veröffentlicht hat. Kann man sie gar nicht ausmalen. Die jüngsten Ereignisse haben meine Meinung über die Zusammenarbeit mit ehemaligen Anwälten der SEC für Kryptodurchsetzung geändert. Jeder, der noch in dieser Abteilung arbeitet, macht sich mitschuldig am anhaltenden Machtmissbrauch. Debtbox wird nicht das letzte Beispiel sein. Wir werden nicht mit den Anwaltskanzleien zusammenarbeiten, die diese Leute eines Tages einstellen. Wow, das nenne ich Statement. Natürlich gab es da noch einen Haufen Gespräche unten drunter. Alle Links unten in der Videobeschreibung. Aber jetzt kommen wir eben einmal zu dem anderen Fall, der gestern eben viral ging. Ihr kennt meine Meinung, die ihr schon länger dabei seid. Und meiner Meinung nach war der ICO von Ethereum, 2014, 2015 wann der war, für mich ein Security, ein Verkauf eines Wertpapiers. Denn die haben sie bekommen, die haben sie verkauft, bevor die Blockchain überhaupt gelaufen ist. Im Gegensatz zum Beispiel zum XRP Ledger. Dort wurden die XRPs erst verkauft, als die Blockchain schon voll funktionsfähig war. Ja, übrigens kam danach erst Ripple ins Spiel. By the way, die sind auch erst danach. Aber egal. Gestern ging dieser Bericht eben raus und es ging los. Die SEC untersucht Kryptounternehmen im Ethereum-Untersuchung, da die Hoffnung für die ETFs schwinden. Naja, ich glaube aber nicht, dass das was mit den ETFs zu tun hat, beziehungsweise genau andersrum. Deswegen die Hoffnungen für ETFs schwinden. Die Securities and Exchange Commission führt eine energische, juristische Kampagne, um Ethereum, die zweitbelieteste Kryptowährung, als Security einzustufen. Ich habe schon so oft drüber gesprochen, es geht eben, ganz wichtig möchte ich, möchte ich hier nochmal schnell auf Mr. Kaplan eingehen, der hier nochmal erwähnt wird. Und zwar von Prometheum. Aber bevor ich das tue, noch ein Hinweis. Gary Gensler sagte nicht direkt, aber er sieht Bitcoin nicht als Security. Wir können davon ausgehen, dass er das sagt, aufgrund des dezentralen Netzwerks und Proof of Work. Nun, das war Ethereum auch mal. Lassen wir mal die Geschichte mit dem ICO außen vor. Nun haben wir im September 2022 den Merch. Das heißt, Ethereum ging von Proof of Work auf Proof of Stake. Und da geht es jetzt los. Denn wie es aussieht, haben drei Unternehmen in Amerika Vorladungen bekommen. Die mussten sehr eng gefasste, die haben sehr eng gefassten Fragenkatalog bekommen, was sie an Unterlagen mitzubringen haben. Das bedeutet, dass die SEC sehr gezielt gesucht hat. Und das seit dem September 2022. Denn, wenn ich meine Ethereum in Staking gebe und verdiene daran Gebühren, Erwartung von Gewinnen. Und die Untersuchung ging wohl gegen die Ethereum Foundation. Und in der Schweiz. Da muss ich da einmal nochmal betonen. Ich zeige euch jetzt nur mal auf, was ich jetzt herausgefunden habe. Wir haben die Klage, falls eine Klage kommt, noch gar nicht gelesen. Wir werden sehen, wie tief die ist. Es gab verschiedene Klagen der SEC. Es gab so Klagen gegen Debtbox oder gegen Ripple. Ripple hat gewonnen. XRP ist in and itself not a security. Wir wissen das mittlerweile. Wird es auch nie werden. Regulatorische Klarheit. Was ist allerdings jetzt mit Ethereum? Gary Gensler hat sich auch vor dem Finanzausschuss des Kongresses geweigert, diese Frage zu beantworten, die Patrick McHenry ihm gestellt hat. Ist Ether ein Security? Er hat sich gewunden wie ein Fisch. Aber er hat es nicht beantwortet. Und jetzt nochmal zu dem Artikel. Letzten Monat kündigt er das umstrittene Kryptounternehmen Prometheum, das die Zulassung hat, als Zweckbroker-Dealer zu operieren, seine Absicht an Verwahrungsdienste für Ethereum als Wertpapier. Unter der Aufsicht der SEC anzubieten, was den regulatorischen Status von Ether erneut unsicher macht. Einer der Empfänger der jüngsten Vorladung spekulierte, dass Gensler versucht hat, Prometheum als Trojanisches Pferd zu verwenden, um Ethereum als Wertpapier zu klassifizieren. Naja, wir wissen, dass Gary Gensler ein netter Dübst ist. Der macht nicht nur einen Weg. Der nutzt dann wahrscheinlich zwei oder drei. Denn seit September 2022 geht wohl diese Untersuchung. Es ist unglaublich. Und da ist sehr viel, wir wissen die Hinman-Speech etc. Aber da komme ich gleich nochmal drauf. Da habe ich auch einen sehr schönen Tweet gefunden von einer nicht unwichtigen Person. Und zwar vom CEO von Grayscale. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Eleanor Teret, die ratzfatz reagiert hat. Wenn, naja, das Fortune Magazine und deren Berichterstattung korrekt ist und die SEC ist in der Tat auf einer Kampagne oder Untersuchung unterwegs, um ETH als Wertpapier zu klassifizieren, Neben der Prüfung seines Proof-of-Stake-Modells könnte die Regulierungsbehörde auch das ICO untersuchen, das die SEC selbst beiseite gelegt hat, als es im Juni 2018 sagte, ETH sei kein Security. Die Bill Hinman ETH Free Pass Speech. Dank der Veröffentlichung der Hinman E-Mails wissen wir, dass sich die SEC mit dem Ethereum-Gründer Vitalik Buterin im Juni 2018 getroffen hat, um die Rolle des Ethereum-Fundaments zu besprechen. Nach diesem Treffen erklärte der Leiter der Abteilung für Unternehmensfinanzierung der SEC, Bill Hinman, dass Bitcoin und Ethereum außerhalb des regulatorischen Zuständigkeitsbereichs der Behörde legen. Eine Position, die sie anscheinend bis vor kurzem beibehalten hat. Insbesondere in ihrer Klage gegen KuCoin hat eben Generalstaatsanwältin Letitia James von New York ETH aufgrund seines ICOs ein Wertpapier gelistet. Es wird interessant sein zu sehen, ob die SEC versucht, ETH-Gründer bzw. Personen um Ethereum herum für das ICO, das sie vor sechs Jahren missachtet hat, zu belangen. Da zählen zum Beispiel auch Personen dazu, wie Charles Hoskinson, by the way, der bei Ethereum war. Nun gut, der dann auch noch ein paar andere so verschenkt hat an seine Sekretärin oder Sekretär und die dann miteinander Cardano gegründet haben und die haben dann miteinander von einem Konto diese ganzen ETH an eine Börse geschickt, um die dann doll auszumachen. Da seht ihr mal, wie die Fallstricke so laufen. Naja gut, weiter im Text. Steven Nerojoff hat natürlich reagiert. Granatentweet, Freunde. Genslers Plan Der Freifahrtschein für die Free-Out-of-Jail-Card Gary Genslers Plan soll die Korruption der SEC im Zusammenhang mit Ethereum verschleiern. Gensler gibt Prometheum eine Magic-Bullet-Lizenz, die Ether als Sicherheit anbietet und tun so, als wäre er gezwungen durch seine eigenen Handlungen und rechtfertigt dann die Einstufung von Ether als Wertpapier mit dem Schritt zum Proof-of-State, obwohl es seit dem ICO als solches angesehen wird oder werden muss. Vertuschungen Einige der illegalen Aktivitäten, die Genslers Plan vertuschen würde, sind die Bevorzugung von Ethereum und Prometheum durch die SEC kontrollierte effektiv das mit der Kommunistischen Partei Chinas verbundene Unternehmen Wang Shang. Genslers Eingeständnis von Lubin spekulativen ICO-Käufen, die ETH zunächst in ein Wertpapier verwandelten. Hinmans DAO-Bericht Vertuschung des DAO-Hacks zeigt Interessenkonflikte und freie Meinungsäußerungen auf. Die internen Dokumente von Ethereum zeigen, dass es nicht dezentralisiert war. Die Motive hinter der Ripple-Durchsetzungsmaßnahme bzw. die Klage. Warum Gensler als Vorsitzender der CFTC sagte, dass XRP und nicht Ether ein Wertpapier sei. Die illegale falsche Strafverfolgung der SEC, um mich zum Schweigen zu bringen. Und ich habe sie besiegt und entlarvt. Habe die Säuberung der SEC Gensler versucht, die Spur der Korruption und kriminellen Aktivitäten zu verwischen. An denen Ethereum, Joe Lubin, Vitalik Buterin, die SEC, er selbst und andere vor dem Merch im Jahr 2022 beteiligt waren. Wie bei Ethereums geplanter Säuberung, um Daten aus der Blockchain zu löschen, die älter als ein Jahr sind, ich hoffe, ihr habt das alles mitbekommen, versucht Gensler, diese gesamte Geschichte zu löschen. Nun, die Verantwortlichkeit. Ethereum ist seit dem Tag des ICO verdorben und scheint mit der SEC zusammengearbeitet zu haben, um die Scharade der Dezentralisierung fortzusetzen. If Eth ab 2022 als Wertpapier zu betrachten und alle illegalen Handlungen davor zu ignorieren, ist eine Vertuschung von beispiellosem Ausmaß direkt vor unseren Augen. Das darf nicht erlaubt werden. Jeder, der an diesen Aktionen teilgenommen hat, muss zur Rechenschaft gezogen werden. Dann gab es unten die Frage, warum leiten Sie das nicht an den Aufsichtsausschuss des Kongresses weiter? Und er hat geantwortet, das habe ich. Auch hier sehen wir die Dinge, die kommen werden. Und es wird veröffentlicht. Truth Labs, Digital Asset Investor und Steven Jorow auch mit John E. Dieten, der die ganzen Beweise gesehen hat und der dann auch gesagt hat, es ist alles schlüssig, was er sagt. Und John E. Dieten ist Anwalt. Können wir davon ausgehen, dass da noch eine Bombe platzt. Kommen wir nochmal zu Stefan Huber. Und der hat auf etwas hingewiesen. Finde ich ganz interessant. Warum sollten die überhaupt reagieren groß? Naja, darum vielleicht. Der Kongress hasst die Einstufung von Ethereum als Wertpapier so sehr, weil er nach dieser Klassifizierung verpflichtet wäre, seine Ethereum-Bestände offen zu legen. Bill Hinman war in seiner Rede so erstaunlich dringlich, weil nur eine Woche danach eine Regel in Kraft trat, die besagt, dass nur Kryptowährungen, die von SEC-Beamten ausdrücklich von der Wertpapierregulierung ausgenommen wurden, von der Offenlegung ausgenommen sind. Der US-Kongress war in der Lage, Ethereum legal zu Insider-Handel zu machen. Regel 39. Es gibt keine Zufälle, Freunde. Dann hat noch ein anderer Anwalt einen Tweet rausgelassen und hat einen richtigen Shitstorm bekommen dafür. Paul Grewal, der Chief Legal Officer von Coinbase, seufzt. Wieder mit den ETH-Fehlinformationen, während wir auf eine Entscheidung über ETH-ETFs warten. Okay, lassen Sie uns über einige grundlegende Fakten über Ethereum sprechen. Millionen von Amerikanern besitzen ETH. Es ist seit seiner Einführung im Jahr 2015 für Kryptowährungen von entscheidender Bedeutung und ETH ist eine Ware, kein Wertpapier. Kleiner Einwurf, bevor ich weiter durch den Tweet gehe. Da geht er auf ein paar Punkte ein etc. Die CFTC hat die Ethereum Spot Futures zugelassen und der Chairman von der CFTC hat gesagt, dass er Ethereum als Ware betrachtet. Diese Futures hätten auch gar nicht gelistet werden dürfen, sollte Ethereum ein Security sein. Darum bin ich so gespannt auf eine heute möglicherweise veröffentlichte Klage. Wie ist die aufgebaut? Geht es gegen Personen? Geht es gegen die Foundation? Wegen Vertuschung? Geht es wegen Bestechung? Lassen wir uns überraschen. Aber Paul Griebel. Diese Position vertritt die SEC seit Jahren. Beispiel A, bla bla, Beispiel B, bla bla, Beispiel C, bla bla. Die CFTC und Bundesgerichte haben immer wieder bestätigt, dass ETH eine Ware ist, bla bla. Der Howie Test, bla bla. Könnt ihr euch alles durchlesen. Und hier unten der letzte. Die SEC hat keinen triftigen Grund, die ETH-ETF-Anträge abzulehnen. Und wir hoffen, dass sie nicht versuchen werden, eine solche zu erfinden, indem sie seit langem etablierten regulatorischen Status von ETH infrage stellen. Denn die SEC wiederholt befürwortet hat. So funktioniert das Gesetz nicht und die Amerikaner verdienen etwas Besseres. Sagt der Mann, der ETH in seinem Namen stehen hat. Nun gut. Ich frage mich ehrlich gesagt, was da dahinter hängt. Ich frage mich das ehrlich. Wenn Steven Yorov und die Hachipa-Andeutungen gemacht, der komplette Space hier so miteinander verwoben und korrumpiert ist, auch mit, ich muss da auch nochmal wiederholen, mit der chinesischen kommunistischen Partei, dann, dann könnte da einiges aufploppen, was uns dann nicht gefallen wird. Und was den kompletten Space natürlich ein bisschen, uff. Ja, aber darum nie mehr investieren, als sie bereit sind zu verlieren. Nun ja, Polk Rival hat hier einen Shitstorm bekommen. Und ich möchte auch mal eines darauf hinweisen, Leute. Coinbase, sollte die Klage heute kommen, wird ETH oder Ether nicht delisten, so wie sie es im Januar 2021 bei XRP getan haben. Auf gar keinen Fall. Die werden den schön auf der Börse lassen. Das verspreche ich euch. Keine Börse wird das Ding delisten, weil sie alle einfach nur einen Haufen Kohle damit machen. Nun komme ich eben zum besagten Mr. Sunshine. CEO von Grayscale. Im Juni 2018 hatte ich die Gelegenheit, Investoren und Medien auf der Yahoo Finance All Market Summit Krypto in San Francisco teilzunehmen. Ich erinnere mich noch genau daran, wie ich darauf wartete, auf die Bühne zu gehen, als der ehemalige SEC-Direktor Bill Hinman seine inzwischen berühmte Rede hielt, in der er erklärte, dass Ether basierend auf seinem persönlichen Verständnis des gegenwärtigen Zustands von Ether, des Ethereum-Netzwerks und seiner dezentralen Struktur aktuelle Angebote und Verkäufe von Ether keine Wertpapiertransaktionen sind. Bei all den Fortschritten, die diese Branche gemacht hat, ist es fast unvorstellbar, dass wir Ether erneut als Ware verteidigen müssen. Das heißt, wenn eine Branche eine Herausforderung gewachsen ist, dann sind es alle hier. Wo wart ihr denn im Dezember 2020? Wo wart ihr? Und jetzt schreit ihr alle auf? Sehr, sehr heuchlerisch. Es tut mir leid, ich muss das so sagen. Denn wir wurden verspottet, wir wurden belächelt, die XRP-Schwurbler und Verschwörungstheoretiker und was weiß ich alles, das man die XRP-Community genannt hat. Und letzten Endes kam heraus, sie hatten alle Recht. Sie hatten alle Recht. Ob das die Hinman-Speech war, ob das die ganzen Verzweigungen war. Mit chinesischer Partei, mit Wangsheng-Gruppe, Prometheum, Wahnsinn, Freunde. Gary Gensler fährt hier eine Show ab. Ich bin gespannt auf dieses Schriftstück. Und dann werden wir sehen, was da genau drin steht. Es könnte eine sehr schlecht formulierte sein, was ich nicht glaube, denn seit fast anderthalb Jahren wird hier untersucht. Seit anderthalb Jahren. Währenddessen hier natürlich klagen, und das haben sie wahrscheinlich auch von dem Fall der New Yorker Behörde gegen Binance gelernt. Je schärfer ich schreibe, desto mehr Gewinn kassiere ich ab. Naja, jetzt komme ich mal nochmal auch zu dem Thema, was ich gerade angesprochen habe. Denn Nitzbachs hat es genau so formuliert. Als Schlüppel verklagt wurde, applaudierte die Branche. Wenn die Medien berichten, dass es die Möglichkeit gibt, dass Ethereum Foundation verklagt wird, fangen alle, einschließlich der US-Kongressabgeordneten, ich erinnere an den Tweet von Stefan Huber, an, ihre Perlen zu umklammern und ihren Rücktritt zu fordern, ohne überhaupt in der Lage zu sein, den SEC-Fall bzw. die Beschwerde zu lesen. Und weiter im Text. Anders hatte ja auch noch einen Tweet rausgelassen. Wie schon vor langer Zeit spekuliert. Gensler wird den Übergang zum Proof-of-Stake nutzen, um die Behauptung aufzustellen, dass ETH ein Wertpapier ist. Nun, das wäre natürlich eine Katastrophe für alle Proof-of-Stake-Ketten. Da sie wahrscheinlich alle ins Kreuzfeuer geraten würden. Fast alle Kryptos, die schnell und skalierbar sind, laufen auf Proof-of-Stake irgendeiner Art. Eine sehr kleine Menge tut dies nicht, wie zum Beispiel XRP und XLM. Die anderen, die für Genslers Kreuzzug gegen Kryptos sicherer wären, wären Proof-of-Work-Coins, die im Allgemeinen sehr langsam sind, wie Bitcoin, wegen all der Berechnungen, die zum Ausführen erforderlich sind. Bitcoin ist die einzige Münze, von dem Gensler zugegeben hat, dass sie kein Wertpapier ist. Ich persönlich glaube, dass der Ausgang eines solchen Rechtsstreits stark davon abhängt, welchen Richter man bekommt. Allein durch die Beobachtung scheint es, als ob bestimmte Ergebnisse schwer vorherzusagen sind. Schauen Sie sich nur den Fall Ripple an. Wer hätte vorhersehen können, dass die Richterin entscheiden würde, dass On-Demand-Liquidity Wertpapiergeschäfte sind, Verkäufe an Börsen aber nicht? Es war insgesamt ein großartiges Ergebnis für Ripple, da XRP als kein Wertpapier an sich deklariert wurde. Aber ich glaube, es wäre sehr schwer zu erraten, was in einer Klage gegen die Ethereum passieren würde. Nice. Also, kommt hier eine weitere Schockwelle, sollte hier irgendeine Klage kommen, werden wir sehr genau lesen müssen, was da genau geschrieben wird. Kommen wir mal von der SEC und von Ripple-Fall zum Finanzausschuss des Kongresses. Top-US-Gesetzgeber zitiert den Sieg von Ripple und XRP und fordert SEC-Reformen. Mr. French Hill So kommt man dann zu den XRP-News, Freunde. Und da geht es jetzt auch gleich weiter. Folgendes habe ich auch gesehen und das finde ich auch total witzig. Ich habe letzte Woche über die Listung von XRP auf der Atlantic oder Atlantis Exchange berichtet, die gelistet ist oder registriert beim Finanzministerium. Und wenn es überhaupt Glitches gibt, dann ja dann nur bei XRP. XRP-Panier lässt den Preis an der Börse auf 74 Dollar steigen, bevor er in die Realität zurückfällt. Ich finde diese Überschriften immer so interessant. Der Preis des nativen Tokens des XRP-Ledgers ist exponentiell gestiegen und wird an der Atlantis Exchange für kurze Zeit bei atemberaubenden 74 Dollar gehandelt, was den aktuellen Marktwert der Kryptowährung von nur 60 Dollar Cent bei Weitem übersteigt. Die Aufregung schlug jedoch schnell in Enttäuschung um, als sich herausstellte, dass es sich bei dem Preisanstieg um einen technischen Fehler handelte, der auf eine Fehlfunktion zurückzuführen war, die nur wenige Tage nach dem Start des XRP-Handels auf der Plattform der Atlantis Exchange auftrat und das Potenzial des Tokens Anpries. War das nun ein Fehler oder waren es einfach mal ein paar Buchungen, die da hier getestet worden sind und dann nochmal wir kurz doch mal den echten Wert von XRP gesehen haben? Needsbox. Nochmal. Er zitiert hier Credible Bull. Ich denke, XRP im Ernst, die Menge an Frustration und Hass und der absoluten Zerstörung der Hoffnung, die ich gerade auf Twitter sehe, macht mich so viel zuversichtlicher für das, was kommen wird. Es macht mich so viel aufgeregter, auf XRP in Position zu sein, für etwas, von dem ich denke, dass es eine Bewegung sein wird, die den größten Teil des Marktes fassungslos machen wird, wie es 2017 der Fall war. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir hier eine explosive Bewegung erleben werden. Credible macht seine Meinung deutlich. Der Kampf zwischen frustrierten Inhabern und optimistischen Retailern geht weiter. Ja, ich bin und bleibe optimistisch. Sehen wir nochmal diese, was weiß ich, Prozent. Wäre schön, nehme ich. Denn genau darüber hat auch Steve Courtney, und jetzt sind wir wieder bei dieser Flag. Schaut euch das an. Das systemische Dreiecksmuster von XRP von 13 bis 17 führte zu einem Anstieg von 58.431%. Wird das derzeitige Sechsjahresmuster diesem Beispiel folgen? Der Stock RSI zeigt eine vielversprechende Dynamik. Und hier sehen wir unten rechts, könnt ihr sehen, hier habt ihr die Maus. Es scheint so zu sein, als sollte XRP vor dem Aufbruch stehen. Und darauf ging auch dieser Artikel ein von CryptoBasic. XRP 58.431% Search. Moment, ich übersetze euch das nochmal geschwind. Lasst mich da einen Mausklick reinmachen. Auf 352 Dollar. Eine vielversprechende Dynamik durch den Stock RSI eben. Und jetzt gehe ich mal nach unten. Einer dieser Analysten ist Steve Courtney, der ein erfahrener Trader mit über zwei Jahrzehnten Erfahrungen gründet, der CryptoCrew University. In einer kürzlich veröffentlichten Analyse betonte Courtney, dass XRP ein symmetrisches Dreieck nachzeichnet. Das ist eins von der HUS von 2017 beobachtete. Hier auch nochmal dieses Bild. Ein potenzieller Ausbruch. Courtney glaubt, dass XRP irgendwann aus dieser Dreiecksformation ausbrechen will. Wobei der stochastische RSI das gleiche bullische Setup zeigt, das während des vorherigen Ausbruchs aus dem vergangenen Dreieck aufgezeichnet wurde. Der Marktanalyst fragt sich, ob der Markt dieses Mal eine ähnliche Rallye verzeichnen könnte. Bei einem aktuellen XRP-Preis von 60 Dollar Cent würde der Wert von XRP auf 352 Dollar steigen, sollte er einen massiven Anstieg erleben. Diesen. Diese Bewertung stellt einen ehrgeizigen Meilenstein dar. Lange Rede, kurzer Sinn. Wäre schön, nehme ich. Dankeschön, Freiheit. Wird es wieder so kommen? Nein, wird es natürlich nicht. Auch jetzt nochmal ein Hinweis auf den Automated Market Maker. Da gibt es morgen ein extra Video dazu. Der wird morgen scharf geschalten auf dem XRP-Ledger. Ich denke nicht, dass der Preis nach oben geht. Wenn, dann machen wir ein paar Wale, ein paar Spielchen. Wir müssen sehen, was macht denn der Automated Market Maker. Der haut mal Liquidität rein. Dann werden Handelspare vergeben. Und dann geht der Preis nach oben, wenn wir in Anwendung sind. Aber sind wir nicht. Ich denke eher, dass es dann ganz volatile Wochen, Monate geben kann. Aber darüber morgen mehr. Das war es für heute. Viel Video über eine halbe Stunde, Leute. Ich hoffe, ihr seid dabei geblieben. Wenn euch weiterhin gefällt, was ich tue, liked das Video. Lasst einen Kommentar da. Und ich wünsche euch jetzt von Herzen Werte Zeit. Und bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Das war lang. Kann es auch ein bisschen länger gehen. Ciao, Freunde. Warum ich holde XRP? Weil Ripple ist der Chosen-Wan zu leaden die neue Global Digital Payment System. Und sie benutzen XRP. In 2013, ein Action Plan war, und ein Federal Payments Task Force war gegründet. Es hat eine Unternehmen auf die Krippe geführt, Ripple. In 2014, die Weltbank und Better-Than-Cash-Alliance, die Bill & Melinda Gates Foundation, Clinton Global Initiative und die governments von 32 Ländern, put out a report called The Opportunities of Digitizing Payments. One year later, the Better-Than-Cash-Alliance featured one crypto company on their website, Ripple. Today, Better-Than-Cash-Alliance and all other UN initiatives are focused on a single agenda, the Sustainable Development Goals for 2030. You can see the SDG's logo on Bill Gates' lapel, world-leading companies, the Better-Than-Cash-Alliance website, and on the UN's official exchange, Xchange. What crypto is Xchange officially utilizing for their carbon credit solution? XRP. The world will move to a new international standard for exchanging electronic messages between financial institutions by 2025 called ISO 20022. Who was the first ISO 20022 member focused on distributed ledger technology? Ripple. Who's partnered with over 300 financial institutions including Bank of America, American Express, PNC, Santander, SBI, HSBC, Standard Chartered Bank, Bank of England, India, Singapore, Scotland, Australia, and Indonesia, the largest banks in Japan, Canada, Egypt, the Middle East, United Arab Emiratis, Thailand, Morocco, Bhutan, South Korea, Brazil, and Latin America? Ripple. Who is a former employee overseeing the Federal Reserve? Ripple. A former employee overseeing the world's largest asset manager, BlackRock's digital asset division? Ripple. Leading Australia's CBDC effort? Ripple. Who hired a former Treasury of the United States? Ripple. Two former Federal Reserve attorneys to their board? Ripple. Two former Clinton and Obama advisors? Former Minister of Defense and Economics of Germany? Former Business Director at SWIFT? Former SWIFT board member? Former CFO of PayPal? Former head of the DTCC? Former Chief Business Officer at Uber? Former VP of Amazon? And former SEC chair on their legal team? Ripple. Who's a member of the Digital Pound Foundation? Digital Dollar Project? Digital Euro Association? Moja Loop? IMF's High-Level Advisory Board on FinTech? Hyperledger Blockchain Consortium? Open Payments Coalition? Faster Payments Council? Global Payments Steering Group? Cross-Border Working Group? International Association for Trusted Blockchain Applications? Crypto Climate Accord? University Blockchain Initiative? Worldwide Web Consortium? And a featured partner of the World Economic Forum with three members of their team directly listed on the WF website? Ripple. Now, does Ripple and XRP sound like they're going to disappear? Or do they sound like they're part of a much bigger plan? You decide. Send a follow-up of a stand side. Bye. Thank you. That's ourUCA Corporation.